hallo und jetzt kommt zurück bei der wir haben wieder mehr matches im match in stark 2 gegen ein potos mit potos auf rot lichte ich würde die eck war kater eigentlich ausnehmen weil ich die überhaupt nicht mag also ich finde dieses die space hier einfach nervig am schluss ist die 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 map gegen terana so dass ich mir das nicht mag den roten zu schießen so die fragen mit was von schießt das gegner ist oben wir gucken jetzt mal was er macht erstmal zum glück ist aber jetzt kommen wir nur proto spieler wahrscheinlich eine ganze weile schon lange kein terana mehr gehabt Doppelgade, Standars. Doppelgade, Standars. Doppelgade, Stalker sind aber nicht so weit. 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 Gieber, schlecht. Doppelgade, Stalker sind aber nicht so weit. Doppelgade, Stalker sind aber nicht so weit. Das ist halt so. Doppelgade, Stalker sind aber nicht so weit. Doppelgade, Stalker sind aber nicht so weit. Doppelgade, Stalker sind aber nicht so weit. Ich bin hier, in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sieht nicht so gut aus für uns, aber für ihn auch nicht. Schlecht. Ganz schlecht. Es gibt kein Gas. Ah, haben wir nichts bauen? Gas. Ich bin hier, in den Schatten. Ja, hat er gewonnen. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin hier. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin hier, in den Schatten. Untertitelung des ZDF, 2020